Okay, ein Rätsel, das mich umbringt. Vielleicht sollte ich nur auf schwarze Platten stellen. Ne, aufgekehrt. Nur falls er war hier auf zwei Stand? Ne, oh. Au. Donner, Stellung halten. Hört auf damit. Hört auf damit. Hört auf damit. Okay. Ach, ich soll da rein. Okay. Okay, und nun? Opa, noch ein Umhang. Und es wurde leise. Ach, wie schön. Wie es scheint, hat jemand diesen Test nicht bestanden und mit seinem eigenen Blut eine kleine Notiz geschrieben. Verdammte Elfen. Der Tod wartet auf dem Weg. Wir rippen es auf der anderen. Offenbar starb er, bevor er die Notiz beenden konnte. Oh, soll ich hier etwa lang? Ja, das könnte grundsätzlich stemmen. Offensichtlich nicht. Dann vielleicht hier. Ja. Nein. Nein. Donner ist wieder da. Au. Suppi. Ich bin in einen Todes... In einer endlosen Todesfalle gelandet. Da geht das nicht. Da geht das nicht. Ist der Spiegel verkehrt? Muss ich etwa hier entlang? Geht das jetzt hier lang? Ja. Ah. Ne. Doch nicht. Ich glaube, ich heile mich mal eben. Ich überlebe ja noch nicht mal. Oh, ich raste direkt. Ich überlebe ja noch nicht mal mehr einen Tick von dem hier. Gut, aber das ist prinzipiell richtig, hier lang zu gehen. Und jetzt rechts, ne? Ne. 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 Also hier lang. Also hier lang. Da. Jo. Da. Ne. Gerade aus, oder wie? Aha. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen... folgt mir. Ich muss euch wunderbare Dinge zeigen. Oh, Donner hat es fast geschafft. Oh, ich brauche einen Reiler. Ich glaube, Donner wird... Ja, das habe ich mir fast gedacht. Die hat den Ring eingesetzt. Dann mache ich mal folgendes. Ich muss ja eh zurück. Wie macht man das eigentlich nochmal? Oh, die Karte. Ähm, dann gehe ich zurück. Zu... Na, ihr wisst schon. Nach... Hügelspitze. In eurem Gepäck rüttelt es hin und her. Offenbar möchte die mummifizierte Hand freikommen. Vielleicht um zu fliehen. Oder nur um eure Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja, die kann warten. Ich habe wichtiges Zeug im Inventar. Vor allem muss ich erstmal rüber. Ähm, ja. Das dauert jetzt ne weiter. Ich mache es offscreen und wir treffen uns gleich in... Was weiß ich, wo es ist. Wieder. Scheiß Ray. Lass mich in Ruhe. So, da bin ich wieder. Das ging schneller als ich dachte. Es waren nämlich nur zwei Minuten Pause dazwischen. So. Donner holen wir gleich ab. Seid mir gegrüßt. Ich möchte eure Waren sehen. Ist unfreundlich wie immer. Ähm. Das kostet 100, ne? Das ist immer so viel. Naja. Ich habe ja keine andere Wahl. Elfen-Umhang. Verstecken plus 10. Ja, ist ja was. Nehme ich denn vor erstmal. Macht sich natürlich auch bemerkbar hier. Die Hand. Oh, ich muss das mal sortieren. Die Hand ist ein Questgegenstand. Das kann mal hier hin. Dann hätte ich den Langbogen plus 1 gerne verkauft. Gibt 166. Das gehen wir auch gleich wieder aus für Identifizieren. Oder die Tiertrainer anschauen. Oh, 39. Ernsthaft? Geisthaftes Antlitz. Ja, brachte was. Brachte auch was. Jo. Die möchte ich identifiziert haben. Wundersame Handschuhe. Bonus-Zauber für Baden. Ein schöner Handschuhe für Baden. Tausend. Oh, das gibt Geld. Und ein Ring. Kilwars Ring. Viele Fertigkeitsbonis plus 1. Ich habe nur einen Goldring. Das heißt, den nehme ich. So, dann habe ich Grünstein. Wie viele 4 Fokuskostelle habe ich? Okay. Na ja, dann muss ich gleich mal gucken, ob ich das... Huch. Ob ich mir vielleicht sogar neue machen kann, aber ich glaube nicht. Ja, das kommt weg. Nicht-identifiziertes Amulett. Das Kälteresistenz. Jo, nehme ich auch mit. Kann man ja mal mitnehmen, ne? Dann habe ich hier noch einen Umhang. Wie ich nicht identifiziert. Also, Umhang von Ascalon. Ah, habe ich direkt schon selbst gemacht. Wuchtresistenz. Das bedeutet mehr als Verstecken, muss ich sagen. Und den Umhang kriege ich Dorne. So, passt das denn auch hoch? Beide den gleichen Anfang. Okay. So. Das wär's dann. Dem bräuchte ich gleich Heilung, aber ich raste sowieso gleich. Den gehe ich mal eben Dorne abholen. Das dauert auch nur ein paar Minuten. Oh, dann reicht das auch wieder für heute. Dann kann ich wieder einen Monat in Pause machen. Das ist auch einer der Gründe. Ich fokussiere mich auch erstmal auf die anderen LPs. Und da die anderen LPs so einen schönen Vorlauf haben, die Reste liegen immer noch hier. Mache ich dies hier mal so zwischendurch. Kann man ja mal machen, ne? Ich möchte gerne später Pillars of Eternity zum Beispiel auch häufiger spielen. Kann ich doch noch das Gehstock einfach, äh, drucken wir das Gehstock einfach so näher? Aber, stimmt, es gab Stromschlag. Ne, und. Ne, und da möchte ich dann halt ein bisschen mehr. Ist Dorne nicht hier? Hä? Sollte Dorne nicht normalerweise hier sein? Soll ich wieder reinlaufen, oder wat? Drogen die Schaxan aus. Artefakte? Jo, die Hand hier. Hervorragend, um ehrlich zu sein, hatte ich bei den Artefakten die meisten Angst, dass es den falschen Ende gefällt. Bettelführer war ein furchterregender Unheult, und das ist noch untertrieben. Wenn ich so nachdenke, fällt mir tatsächlich noch etwas über die Hand ein. Es kann sein, dass sie euch den Weg zu den anderen Artefakten zeigen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt versuchen, ob die Hand euch... Ihr könntet versuchen, ob die Hand euch zu ihnen führt. Falls es nötig sein sollte, Punkt. Wollt ihr sie zu diesem Zeck behalten? Ja, wenn es hilft, behalte ich sie. Ne, Moment. Ich brauche ihre Hilfe zwar nicht, aber ich werde sie behalten. Ich verstehe. Ich... Ich will mich jetzt nicht mit euch darüber streiten. Wenigstens befindet sie sich nicht mehr in unbekannten Händen. Aber ich wäre vorsichtig mit ihr, Lord. Ihr wisst nicht, was sie noch alles kann. Habt ihr schon etwas anderes gefunden? Nö, noch nicht. Ja, äh... Ich bedarf der Heilung. Heilen geht nicht. Okay, tschüss. Ja, dann haben wir das schon mal. Und Dauna ist verschwunden. Hm. Ich mache mal eine ganz fixe Pause. Ich gehe gleich weiter. Moment. Guck mal, wer hier liegt. Da, nur die volle Socke. Ähm, ich glaube, ich sollte sie mal heilen, oder? Boah, jetzt kriege ich Hunger. Ja, wie kann ich euch helfen? Nicht so wichtig. So. Da, nur... Erstmal das. Und... Dann hätte ich gerne dein Gepäck gesehen. Denn sie kriegt ja von mir noch den Umhang. So, bitteschön. Ah, diesen Back habe ich. Bei mir werden Umhänge nicht angezeigt. Warum auch immer. Das müsste ich eigentlich herausfinden. Hm. Das müsste ich mal gleich erkunden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hätte auch tatsächlich, äh, mich mit so einem Fokus-Kristall weg schießen lassen können. Das wäre, glaube ich, die beste Idee gewesen. Aber nein. Es hätte nicht sollen sein. Ist sicherer. Da, ohne raus, der nicht mit. Macht nichts. Wir werden nur früh genug rasten. Jetzt haben wir nur noch eine Quest offen. Nämlich mit den Artefakten. Jetzt war da ein Eintrag im Tagebuch. Und das sollten wir ablegen. So, da sind wir schon. Folgen wir dem Weg noch. Ich habe das jetzt nicht, äh, erkundet, weil... Das sehe ich dann schon zum achten Mal. Wir wissen ja, was da ist. Nämlich nichts. So, und da sind wir aber schon. Warten wir noch kurz auf Dorner. Dann werde ich den Umhang-Bug mal erforschen. Und gucken, dass jeder was machen kann. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Da, 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 da. Wo war's? Genau, das war... Let's play... Ne, Schatten von... Und dann Z-Bad 4. So, und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.